Heute schauen wir uns an, was bei Marvel in den letzten Wochen so los war. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvelous Suprema. Wir hatten mehrere neue Details zu den kommenden und geplanten Disney Plus Serien. Aktuell schaut das Aufgebot demnach so aus. Scarlet Witch and the Vision wurde als Suburban Psychological Thriller beschrieben, wo Wanda versucht, ihrem Vision Post-Endgame eine Seele zu verleihen. Diese Show hat nun offiziell auch einen Drehbuchautoren in Jack Schäfer gefunden, der unter anderem an Captain Marvel mitgearbeitet hat. Loki, wo Tom Hiddleston wohl als Erzähler aktiv werden soll und die Geschichte selbst sich um die Abenteuer des jungen Loki dreht. Hawkeye sei noch immer geplant und werde demnach Kate Bishop einführen, mit der Clint zusammen am Ende gegen Trickshots Crew vorgehen muss. Bucky and the Falcon könnte scheinbar ein direkter Endgame-Tie-In sein, mit US-Agent als Gegenspieler und Nick Fury plus potenziell Agent 13 an Bord. Ziemlich neu ist noch Lady Sif. Die Post-Dark-World-Serie soll es sich mit Sifs Verbannung von Asgard beschäftigen und die Enchantress Featuren. Interessantestes Detail hierzu ist aber, dass sie einen Partner in Beta Ray Bill finden würde. Weitere Gerüchte zu dieser neuen Teilwelt drehen sich um War Machine, Moon Knight und Sentry und auch in Sachen Netflix-Transfers gibt es zumindest wieder einen Funken Hoffnung. Disney's Kevin Meyer sprach von der hohen Qualität der Shows, es wäre zwar noch nicht diskutiert worden, es sei aber durchaus möglich, dass es hier zu einer Verschiebung kommt. Was, und das muss man natürlich bedenken, aber nicht bedeuten muss, dass die Shows fortgeführt werden. An dieser Stelle schnell ein kleiner Einschub, weil es so aktuell ist. Punisher Staffel 2 startet am Freitagmorgen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Trailer sah gut aus, Kritiken sind bisher gemischt und die Wahrscheinlichkeit, dass der Punisher hiernach fortgesetzt wird, ist aufgrund der Netflix-Bewegungen relativ gering. Dieses Gefühl wurde sicherlich durch das Marketing zur Show auch unterstützt. In der Filmwelt tut sich logischerweise im Hintergrund einiges. Black Widow wird fleißig weiterentwickelt. Hier haben die Jungs der Hashtag-Show aufgeschnappt, dass es sich hier tatsächlich um das erste R-Rated-Projekt der Studios handeln könnte. Das inzwischen schon wieder etwas ältere Gerücht zu Captain Britain and the Black Knight in einem Duo-Film hält sich weiter und wie es klingt, gibt es wohl sogar schon Planungen, die Origin von Dane Whitman im MCU aus der Stadt im Quantum Realm loszutreten. Spider-Man Far From Home hat den ersten Trailer bekommen. Highlight sollte ohne jede Frage hier Mysterio sein, der unglaublich gut umgesetzt ausschaut. Breakdown dazu gibt es bereits am Sonntag. Spider-Man Into the Spider-Verse, auf den ich in Kürze nochmal eingehen werde, wurde für die extrem krasse Gesamtleistung nun belohnt und zwar mit einem Golden Globe für Best Motion Picture Animated. Es war absehbar und seit kurzer Zeit ist es nun auch offiziell. Venom 2 ist bei Sony in der Entwicklung. Die Kritiker bleiben bis heute extrem gespalten, aber die globale Masse an Kinobesuchern hat es einfach rausgerissen und Sony möchte logischerweise diesen Erfolg fortsetzen oder wie ich es bezeichnen würde, weiter das ganze Ding melken. Von dem her absolut verständlich, dass es zu dieser Fortsetzung kommt. Fleischer kehrt wohl nicht als Regisseur zurück, dafür ist aber schon sicher, dass Woody Harrelson als Carnage für das Projekt zurückkommt. Und dann haben wir noch was zu den Fox-Filmen bzw. den immer näher rückenden Transfer-Filmplanungen im Zuge der Rückkehr der Fox-Men zu den Studios bzw. zu Marvel. Und in diesen Nachrichten steckt ein gewisser Witz drin, wenn man das Ganze genau verfolgt. Zunächst ging es um Adam McKay, der ursprünglich für Ant-Man dazugeholt werden und dann die Inhumans hätte schreiben sollen. Nun kam raus, dass er wohl auch für Guardians of the Galaxy Vol. 3 bereits kontaktiert wurde. Außerdem erwähnte er, dass die Studios Ideen zu Nova verfolgen würden. Kevin Feige sprach vor kurzem nun darüber, dass es sich schon darauf freut, mit Adam McKay über das von Fox angesetzte Silver Surfer-Projekt zu sprechen. Und jetzt kommt aber der Witz, falls es denn wirklich wahr ist. Kurz hiernach sickerte er nämlich durch, dass alle restlichen geplanten X-Universe-Filme vom Tisch sind. Gambit, Doctor Doom, Multiple Man, Kitty Pryde und auch Silver Surfer. Nur die X-Force habe noch eine Chance, aber nur, wenn sie es schaffen, innerhalb der nächsten zwei Monate in Produktion zu gehen, was mehr als unwahrscheinlich ist. Weswegen auch dieses Projekt nicht mehr stattfinden sollte. Damit wäre New Mutants der letzte Film der Fox-Ära, wenn nicht dieser Film auch noch nachträglich eingestampft wird. Da gibt es nämlich auch noch massenhaft Probleme. Wie wir inzwischen wissen, arbeiten die Studios nun auch ganz offiziell im Hintergrund an Plänen mit den ganzen neuen Figuren, ab welchem Jahr sie aktiv für die Storys relevant werden. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das war's dann auch für heute. Lasst den Daumen da, wenn nicht das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.